Hallo und herzlich willkommen zu Real Green Tower Games. Ja, das ist richtig ein neues Spiel. Mein Name ist Konis und an meiner Seite befindet sich Fuwa. Hallo Fuwa. Hallo Konis, mein Name ist Fuwa. Es sind also nur drei Buchstaben. F-U-A. Sie sind ja neu hier bei Green Tower Games. Genau, ich habe ja angefragt und ich hatte Zelda Ocarina of Time schon angezockt. Und dann haben wir mal gequatscht und haben gesagt, eigentlich müsste man mal ein Let's Play machen. Richtig. Und weil, ja, Ocarina of Time, ich sag mal normal war ein bisschen langweilig. Es war echt einfach. Das kennt ihr auch. Genau, und dann haben wir gedacht, wir probieren jetzt einfach mal Mastercrest aus. Ja, was wir beide nicht kennen und nicht wissen, was da anders ist. Genau. So, dann erstellen wir mal ein Spiel. Very good idea. Wie heißt du denn? Mein Name, äh, Fuwa. Das ist ein U. Sehr schön. Ist auch gut, wenn man nur drei Buchstaben hat, dann passt das immer dahin. Ja, stimmt. So, wir öffnen die Datei. Oh, es geht los. Es war einst in einem fernen Land. Seit Anbeginn der Zeit wach der mächtige Dekkerum über die Kinder des Feines. Was sollte das sein? Ich weiß nicht, ein Schlaf oder so. Jeden der Kokerie schenkt der Wächter eine Fee. Als seine Abgesandten schützen sie jene reinen Herzens. Ich glaube, das war nicht korrekt. Das Deutsch. So. Das Schicksal hat jedoch einen Auserkoren, dessen Bestimmung es ist, den Gesetzen vergangener Zeiten zu entfliehen. Kann man jetzt auch irgendwelche anderen Witze drüber machen, was er denn wirklich hat? Witze? Ach, das ist so schlecht. Ja. Erzähl doch, dass er gerade Sexträume hat mit Zelda. Na, kann sich mal bitte mal was wegkriegen. Navi! Navi, wo bist du? Na, du erscheine! Navi, holge Fee! Höre die Worte des Deku-Baunes. Spürst du es? Die harmonische Kräfte bedrohen unser Land. Die Kreaturen der Nacht sammeln sich, um das Schicksal Gerulis zu besiegeln. Für lange Zeit war ich es, der die Schatten des Unheils daran hinderte, das Land zu erobern. Doch nun ist die Konzentration des Bösen so stark, dass meine Kräfte nicht ausreichen, die dunklen Nächte zu banneln. Die Zeit scheint reif, da der Junge ohne Fee seine Bestimmung erfahren soll. Die Jugend und Reinheit des Jungen sollen Gerulis wieder auf den Pfad des Lichtes führen. Navi, geh nun, finde unseren Freund und geleite ihn zu mir. Das ist doch so lustig. Meine Zeit ist fast schon... Navi, gehende ihn und gleite ihn zu mir. Geil. Flieg, Navi, flieg. Das Schicksal des Dorfes, gerade aus der ganzen Welt liegt in den Händen dieses Jungen. Ich weiß jetzt ganz genau, wenn ich das nächste Mal Autofahr, Navi muss, fahre, dass ich das einfach nie mehr kann. Das fand ich jetzt so lustig. Früher. Was? Ich will dem, wenn ich gegen den Zaun fliege. Ja, vor allem, äh, die passte ja eigentlich dreimal durch. Ja, stimmt. Durch dieses Loch. Stimmt. Hat vielleicht gerade die Augen zugemacht. Ja. Hm. Ja, dieses Hey und, äh, Hallo oder dieses komische WhatsApp oder was diese Fee immer ruft, das, äh, wird man in den nächsten Folgen auch noch... Das nervt ein bisschen. Man kann es auch leider nicht abstellen. Aber es gehört auch irgendwie dazu. Ja. Hallo. Ja, die Musik ist natürlich, äh, Kult. Ja. Sowieso wie das ganze Spiel. Ja. Hallo. Hallo, Fuah. Wach auf. Fuah, wach auf. Auf. Der Dickebaum hat nicht zu sich gerufen. Fuah, wach auf. Das ist, dass du den Witz darin findet. Okay. Los, komm schon. Sollte die Zukunft hier ruhen, ist wirklich in den Händen, dieser Schlaf mitzuliegen. Nein, der träumt gerade böse Träume. Na, endlich bist du aufgewacht. Ich bin Navi. Der Dickebaum bat mich, dich ab jetzt zu begleiten. Schön, dich kennenzulernen. Der Dickebaum hat dich zu sich befohlen. Steh also endlich auf. So, unsere ersten Schritte. So, genau, ähm, lenken tun wir das alles hier mit der schönen Gamecube-Controller. Ja, das müssen wir vielleicht mal dazu sagen, das ist nicht... Äh, genau. Ach so, Masterquests gibt's eh nur für Gamecube. Ich wollte grad sagen, ne? Ocarina of Time, N64. Logisch. Ja. Äh, mittlerweile natürlich Gamecube. N64-Spiele kannst du alle auf der Gamecube spielen, natürlich, oder? Doch nicht. Hä? Wie willst du denn diese Karte in den... Ach, das soll ja... Entschuldigung. Guten Morgen, Fuhr! Ähm, das war bei dieser, äh, bei The Legend of Zelda The Wind Waker mit dabei als Special Edition für Gamecube. Right. Ganz genau. So, um, ähm, jetzt hier diese... Wunderschöne Person. Ja, diese nicht verpixelte Person. Anzuquatschen drücke ich den A-Klopf. Hey, eine Fee! Endlich hast du auch eine Fee, Fuhr! Wow, das ist cool, ich freu mich für dich. Nun bist du ein wahrer Kokiri, Fuhr. Das heißt, glaub ich, Tourette oder... Fuhr! Das ist wirklich wahr, der Dekobaum möchte, dass du... Auf, auf, Fuhr! Das ist eine große Ehre, vor den Dekobaum drehen zu dürfen. Ich werde hier auf dich warten. Geh nun, denn der Dekobaum hat dich gerufen. Na dann! Endlich können wir uns hier mal richtig bewegen. Genau, die Kameraperspektive, die, äh, verändert sich immer mit der jeweiligen Richtung. Man kann sie aber auch zentrieren. So. Achso, genau, jetzt sagt, äh, Navi, Navi, sag was, Navi. Gibt einem einen ganz wertvollen Tipp. Genau, die gibt jetzt einen ganz wertvollen Tipp. Der Weg zum Dekobaum befindet sich im Osten des Dorfes. Wir sollten uns beeilen. Gut, gucken wir auf die Karte. Niemals ohne Seife waschen. Oh, da sind wir ja schon richtig zu fertig. Oh, das war ja komisch. Hä, du feelloser Versorger. Was hast du mit dem Dekobaum zu beraten? Ich glaube, das ist die meistgehasste Person in diesem Spiel. Jedes Kind hat Albträume von diesem Jungen. Was, du hast eine Fee? Und der Dekobaum hat dich zu sich gerufen? Was muss ich da hören? Wieso sollte er dich und nicht den großen Mido zu sich rufen? Das kann nicht sein. Wie meint er wohl mit dem großen Mido? Ich glaube es einmal nicht. Du bist nicht einmal richtig ausgerüstet. Wie willst du dem Dekobaum denn ohne Schwert und Schild gegenüber treten? Was? Das stimmt, ich bin auch nicht ausgerüstet. Das war's anderes. Wenn du passieren willst, solltest du wenigstens mit einem Schwert und einem Schild ausgerüstet sein. Verschwinde! So, das ist natürlich jetzt auch wieder ein Merkmal des Spiels. Wenn man die Dialoge richtig liest, weiß man schon, was man machen muss. So, es war auch farblich markiert, glaube ich. Schwert und Schild, wir brauchen Schwert und Schild, um zum Dekobaum zu kommen. Ja, aber es gibt ja bestimmt auch Leute, die sich sowas einfach nicht durchlesen. Und für die ist das einfach viel schwerer. Genau, deswegen Dialoge nicht wegklicken. Ja, ähm... Ja, achso, man muss natürlich gucken. Äh, oh, Mensch, Häuser, gehen wir da mal rein. Ich kann dir erklären, was die Bildschirmsymbole bedeuten. Naja, das wollen wir nicht wissen, oder? Müssen wir jetzt irgendwas nehmen. Ja, bla bla. Ja, das werden wir auch später nochmal erklären. Das sind doch die drei allwissenden Brüder, oder was? Ja, nein, oh. Es ist egal, ob die B drückt, die quatschen trotzdem. Vor allem, ich stelle mir das immer vor, da lebt irgendwie so ein Junge, geht in den Haus und sagt, willst du wissen, was die Bildschirmsymbole oder der Hass für ein Bildschirmsymbole? Was lachtest du da? Ja, das ist, ja. So, wir wissen jetzt natürlich, wie das ist. Ja, genau. Ist ja kein Geheimnis, dass wir das schon mal gespielt haben. Wir spielen das ja nicht zum ersten Mal. Das Lustige daran ist, eine kleine Anekdote kann ich dazu erzählen. Als ich das zum ersten Mal gespielt habe, bin ich hier nicht weitergekommen und habe aufgehört. Ich? Ich habe das Schwert nicht gefunden. Das war bei mir genauso. Am nächsten Tag habe ich es wieder probiert und es hat hingehauen, ja. Aber da habe ich schon gedacht, oh, voll das Scheißspiel. Dann würde ich es eigentlich schon fast nicht mehr spielen. Gut, dass ich es dann auch noch gemacht habe. So, genau, hier gibt es dann auch mal schöne Hinweise. Ja, ein anderer Blick. Ja, ja. Was? Ja. Oh, was rumpelt und pumpelt er da? Oh, ein Rubin. Den können wir bestimmt noch gebrauchen. Denn Rubine sind die Wehrrubin. Genau. Oh, da kann man angeräuschen. Oh, und da... Das ist unsere erste Truhe. Das ist auch eine sehr bekannte Truhe. Ja, das müsste eigentlich... Das wäre mal cool, wenn das wirklich jetzt in den neueren Spielen so als Sound, so als Gimmick irgendwie... Das wäre natürlich... Das ist deine wertvolle Waffe der Kokiri. Träniere gut, bevor du deine Mission umgehst. Sehr gut, das Schwert haben wir also schon mal. So, dann müssen wir uns aber erstmal ausrüsten. Ähm... Ich weiß noch nicht, wo es geht hier. Achso, auf Start. Ja, man muss wissen, ich habe ja selber gar keine Gamecube mehr. Ich habe das Spiel, habe ich mir zum Testen natürlich nur, runtergeladen und dann mit einem Emulator emuliert. Böse, böse. Böse, böse, ja. Natürlich nur zum Testen. Ich habe es jetzt da mal sofort gekauft. Ja, und wir sind hier. Gut, wo kriegen wir noch ein Schild her? Ja, man muss... Vielleicht gibt es hier noch irgendwo so ein Labyrinth? Und da ist dann ein Schild. Das kann natürlich sein. Die Karte ist natürlich ziemlich hilfreich bei sowas. Oh stimmt, da sehe ich. Man sieht das Labyrinth. Ah, jetzt können wir das Schwert aber ausprobieren. Genau. Hier meistens befindet sich unter so Gräsern, Rubine, Herzen. Das fand ich auch so cool, dass man mit Schilder zurückhält. Genau, man kann die Schilder-Karten machen. Wenn man B-gedrückt hält, macht er einen Wirbel-Attacke. So. Jetzt machen wir ein Schild. Der war doch ganz viele Schilder. Ein, ja. Was ist das? Haus von Mido, Anführer der Kulte. Oh, nee, da wollen wir nicht hin. Der ist sogar anfühlen? Ja. Das ist ein Schild. Darum kommentiert er ja alle so rum. Ja. Arschloch. Darf man sowas sagen? Nee, jetzt müssen wir nochmal neu anfangen. Okay. Hallo, herzlich willkommen. Ja, ja, Regan. Salia. Das war ja das Liedchen. Geile Schnitte, ne? So, ähm. Ach, dann gucken wir doch mal da rein. Ach so, ja, genau. Hi, Fuwa, schau zu mir rauf. Mit... Äh, schaust du mir rauf. Mit L? Mit... Ja, anvisieren und dann reden. So macht man ganz einfach ein Tutorial. Gut gemacht, diesmal mithilfe deiner Fee möglich. Wie schön, dass auch du endlich eine ständige Begleiterin hast. Ich werde dich lehren, ihre Kräfte richtig zu nutzen. Flieg deine Fee zu einem Objekt oder einer Person, drücke L, um dorthin zu schauen. Kann man das nicht irgendwie schneller machen? Ein bisschen zu schnell. Man kann das schneller machen. Soll ich mal gucken, eben? Ist es... Gibt es da eine Möglichkeit? Nee, ich dachte, wenn man A drückt, dann kommt gleich der ganze Trick zu rein. Ich weiß nicht mehr. Das ist so eine Erinnerung. Oh. So, ein Laden. Gibt es hier vielleicht ein Schild? Dann gucken wir doch mal. Wir kamen. Es ist so cool, dass ihr nicht über den Tresen kommt. Auch ganz schön unlogisch, weil warum bauen die das denn so? Oh, da ist das Dekoschild. Leider 40 Rubine. Man siehe, 40 Rubine. Wir haben nur 10 unten links in der Ecke. Gut, also unsere nächste Aufgabe Rubine finden. Jo. Oder finden. Gut. Ist ja auch gut, dass wir das Spiel noch nie gespielt haben. Ja. Äh. Schmuck, geschmackt. Ja. Ja. Zum Beispiel in Steinen. Ist ja logisch, ne? Ich gehe auch immer draußen rum, hebe Steine hoch und dann fülle ich da Geld. Naja, das dauert zu lange. Aber ich finde sowas irgendwie cool. Sowas gehört immer zu jedem Zelda, dass man am Anfang irgendwie im Dorf ist und da so kleine, ungefährliche Sachen macht. Ja, genau. Und dann... Dann kann man in die Prise Blade. Wobei, in Master Quest haben wir jetzt noch nicht so die Erfahrung, aber in Ocarina of Time ist es eigentlich ziemlich seicht, also so von dem Schwierigkeitsgrad her. Also, das wird, ähm, das wird langer Zeit, äh, erschwerer, bevor man sozusagen ins kalte Wasser geworfen wird. Aber das ist ja gut. Das ist ja eine gute Lernkurve. Genau. Irgendwo ist da oben so ein... Ja. Ja. Ja, aber ich werde auch nicht so froh. Ein Herz ist auch schön, aber wir sind ja auch. Da. Oh ja, da ist ja auch so. Und wie kann man da hin? Ja. Wenn du über diese Leitern gehst. Oh, da warst du schon richtig. Ja, da war ich schon richtig. Guck mir noch mal. Also, da. Jetzt ganz vorsichtig. Oh, wie schnell rennst du denn da rüber? Ja, am besten macht das immer schneller, weil... Ja, das ist ja deine Technik. Genau, das ist meine Technik. Wow. Klapp meistens, also zu 99,9%. Das ist ja beschwertig, mir Kinder, denn die Scheiße, ein wahrer Hell zu sein. Sieh doch nur, ist die Aussicht nicht wunderschön? Hörst du den Blickwinkel mit? Bla, bla, bla. Mach mir das doch mal. Einfach mal gucken. Ach, wie schön. Aber schön, wie sie... Diese Licht... ...hüte da in der Luft ist gemacht. Und die ist echt schön. Naja.